Hallo zusammen, ich bin Martin Brands und bin Ihr Ansprechpartner für die Produkte von Toro bei der Firma Stabermann. In diesem Zuge möchte ich Ihnen heute den LTF 3000 von Toro vorstellen. Mit dieser Maschine habe ich einen riesen Vorteil, ich kann die Mähintervalle verlängern. Das heißt, ich brauche mit diesen Muldkassetten nicht jede Woche mähen, sondern kann die Mähintervalle auf zwei oder drei Wochen ausschieben und die Maschine mäht es einwandfrei. Zudem kann ich verschiedene Bereiche mähen, wie zum Beispiel Wildkraut, Blumenwiesen, Parkanlagen, Sportplätze oder auch Schwimmbäder. Bei diesem LTF 3000 habe ich in der Grundausstattung ein Vierradsystem. Grundsätzlich hat die Maschine eine Arbeitsbreite von 2,12 Meter. Die kann ich aber auf 76,2 Zentimeter runterfahren, indem ich nur mit einer Kassette arbeite. Es ist völlig egal, ob ich die linke, rechte oder die mittlere Kassette einsetze, sie arbeiten alle alleine. Ich steige über das Trittbrett in die Maschine ein, was kein Problem macht, habe dann als nächstes das Lenkrad in der Einstellung und den Sitz vor und zurück. Zudem habe ich an der linken Seite alle wichtigen Elemente, um die Maschine zu steuern. So, das waren die Informationen zu dem LTF 3000 von der Firma Toro. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wenn Sie Fragen haben oder irgendwie etwas anderes, können Sie mich kontaktieren unter den unten eingeblendeten Kontaktdaten. Vielen Dank.